Zum Teufel! Ich bin schon da! Das ist er! Der General unter den Hoteliers! Ihr Haus hat meine kühnsten Erwartungen übertroffen, Adlon. Ganz Berlin wird sich den Hals verbrechen. Meine Mutter Alma wurde mit dem jungen adeligen Siegfried von Tennant verlobt. Alma... Doch dann lernte Alma die amerikanische Fotografin Undina Adams kennen. Freiheit, die geschenkt wird, ist nichts wert. Du müsst sie dir selber nehmen. Ich lasse mich von dir nicht in einen solchen Skandal stürzen! Was zwischen dieser Frau und dir ist, das ist unnatürlich! Du hast mir mein Kind weggenommen! Das ist unnatürlich, Mutter! Ich werde nach Amerika gehen. Ich war 15, als ich am Sterbebett meines Großvaters von dem Familiengeheimnis erfuhr. Zur Gustavs Beerdigung kehrte Alma nach Berlin zurück. Ganze 12 Jahre hast du dir Zeit gelassen, dein kleines Schwesterchen wiederzusehen. Mutter! Untertitelung des ZDF für funk, 2017